Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Sport mit mir. Fangen wir gleich an, reden wir gar nicht so viel. Wir fangen an indem wir unsere Hüfte so bewegen und wir werden das Gewicht von den Füßen aufeinander lagern. Und wenn das Gewicht nicht am Fuß ist, dann heben wir ihn hoch. Eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp. Und jetzt machen wir auch noch die Arme dazu. Zu der Bewegung und wir versuchen immer bei dem Hopp, versuchen wir so weit wie es geht auszukommen. Eins, zwei, drei, hopp, 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 eins, zwei, drei, hopp. Kerzen sind nie eine gute Idee neben dem Platz wo ihr trainiert. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei. Ah! Sport ist Mord, don't do it. Das ist Mord. Das ist Mord. Das ist Mord. Das ist Mord.